hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren vlog von free nein moment ein bisschen falsch ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von the crackers und genau wo ja warum machen wir jetzt ein video es ist jetzt seit längerer zeit das erste video es soll im prinzip ein kurzes kleines info video sein was in der nächsten zeit alles auf euch zukommt dann erzähl mal was haben wir alles so geplant die kam ich habe die doch angemachten willkommen in der arena eure aufgabe ist es mit hilfe der waffen in eurer mitte jeweils anderen die nur zu töten um als alleiniger sieger das spiel zu gewinnen es darf nur ein sieger geben sollte dieser nach 48 stunden nicht feststehen sterben alle später viel glück